Willkommen zu einer neuen Reaction hier auf dem Kanal. Endlich ist es wieder soweit. Endlich geht es hier weiter mit neuen Reaction-Videos. Ich habe mir einiges Spannendes rausgesucht. Und heute starten wir erstmal mit den Simulationen, die 2024 rauskommen sollen. Der YouTuber TimLP hat da ein ganz gutes Video dazu gemacht. Und ich werde heute einfach mal so ein bisschen sagen, was ich davon halte, was ich dazu denke, worauf ich mich besonders freue und worauf vielleicht auch nicht so sehr. Wie immer gilt, wenn es euch gefällt, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ich bin ready und ihr seht es, ich sitze hier im Attacke Abfahrtpulli. Und freue mich aufs Video. Schauen wir rein. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder euer Tim und ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Video hier auf TimLP. Heute stürzen wir uns gemeinsam in die faszinierende Welt der Simulationsspieler und werfen einen exklusiven Blick auf die vier versprechenden Titel, die uns im Jahr 2024 erwarten. Von atemberaubenden Grafiken bis hin zu realistischen Simulationserlebnissen. Das Jahr 2024 verspricht ein wahres Fest für Simulationsliebhaber zu werden. Das haben wir uns übrigens schon oft gedacht. Also dieses Jahr stimmt es, glaube ich, wirklich. Aber es gab schon oft so, ich habe ja früher auch mal solche Videos gemacht. Vielleicht mache ich die auch in Zukunft mal wieder, wo ich mal so ein bisschen aufgelistet habe, welche spannenden Simulationen dann im nächsten Jahr rauskommen. Und man dachte schon oft, das wird jetzt ein Fest für Simulationsspieler. Aber dann war das oft so, dass entweder die Spiele nicht so gut waren oder viele Spiele auch verschoben wurden und gar nicht erst rauskamen. Deswegen, aber dieses Jahr stimmt es, glaube ich, wirklich. Denn es kommt wirklich ein paar ganz gute Sachen. Aber ich denke, da wird auch einiges von zu sehen sein. Wir schauen mal rein. Ist übrigens erst Teil 1 einer Videoserie. Also wäre auch, glaube ich, ein bisschen viel, die ganzen Simulationen in 10 Minuten irgendwie zu verpacken. Aber schauen wir mal rein. Wenn ich in Recherchen auf sehr viele Titel gestoßen bin, werde ich hieraus eine kleine Serie von insgesamt drei Videos machen. Also abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, um kein Video zu verpassen. Das müssen wir mal schnell machen hier. Mal schnell einen Daumen nach oben und abonnieren. So, geht weiter. Die Quellen, die ich für dieses Video genutzt habe, sind in der Videobeschreibung unten verlinkt. Das erste Simulationsspiel in diesem Video ist nichts Geringeres als der Microsoft Flight Simulator 2024. Entwickelt wurde er von Asobo Studio und gepublished von Xbox Game Studios. Der Flight Simulator 2024 ist der nächste Titel der Simulation aus dem Hause Microsoft. Der Microsoft Flight Simulator 2024 setzt auf die neueste Technologie im Bereich der Simulations-Videospiele, wie zum Beispiel einer Cloud, maschinelles Lernen und einer bahnbrechenden Grafik. Der neue Flight Simulator setzt bei der Grafik auf die Asobo Studio Engine. Erhältlich wird der Flight Simulator über Xbox Game Pass, den PC Game Pass, Xbox Cloud Gaming, Windows und Steam sein. Und er erscheint in 2024. Da fehlt mir jetzt ein paar Infos dazu, was eigentlich neu in dem Microsoft Flight Simulator ist. Also man hat es ja schon ein bisschen gesehen, ne. Da hätte ich aber jetzt gerne noch ein bisschen mehr zu erfahren, denn ich weiß selbst nicht so ganz. Ich war ja nie so in dieser Flugsimulationsrichtung drin, ne. Aber das, was man hier sieht, finde ich, ist schon extrem spannend. Denn im neuen Flight Simulator scheinen ja irgendwie Rettungsmissionen eine größere Rolle zu spielen. Und überhaupt Missionen eine größere Rolle zu spielen. Also bislang war es ja so, dass man den Microsoft Flight Simulator vor allen Dingen gespielt hat, um mit einem großen Flugzeug oder mit einem kleineren Passagierflugzeug von A nach B zu kommen. Und klar, es gab auch Cargo-Flugzeuge, aber Hubschrauber gab es, glaube ich, lange nicht. Und solche Rettungsmissionen gab es, glaube ich, auch nur in irgendwelchen Add-ons, wenn ich da richtig informiert bin. Korrigiert mich gerne in den Kommentaren, wenn ich falsch liege. Wie gesagt, Microsoft Flight Simulator ist nicht so ganz mein Steckenpferd. Aber das, was man hier sieht, das ist ja extrem cool. Da kann man sich also, also... 2024 ist der nächste Titel der Simulation aus dem Hause Microsoft. Der Microsoft Flight Simulator 2024 setzt auf die neueste Technologie im Bereich der Simulations-Videospieler wie in der Grafik. Hier, hier zum Beispiel, ne. Dann wird der Verletzte von dem Flugzeug direkt abgeholt. Das ist ja mega. Das finde ich richtig cool. Und, äh, was ich auch noch cool fand, war das hier. ... Cloud Gaming, Windows und Steam sein und er... Also man sieht schon, es gibt auch Landwirtschaftsmissionen. Das heißt, man fährt dann mit einem Flugzeug, ähm, und dem entsprechenden Dünge- oder, äh, Spritzmittel über die Pflanzen. Das wird in vielen, ob das jetzt so gut ist, weiß ich nicht. Ob das so präzise ist, kann man auch Zweifel anmelden, keine Ahnung. Äh, aber das wird ja in vielen Ländern gemacht, ne. Also gerade in Australien oder so, oder wo, wo die Flächen einfach gigantisch groß sind, äh, da wird oft mit einem Flugzeug drüber geflogen. Und, äh, so eben entsprechendes Mittel ausgebracht. Und wenn man das hier auch machen kann, also finde ich schon klasse. Er erscheint in 2024. Weil so hat man nicht mehr so, also, so hat man halt sozusagen Aufgaben, die man erfüllen muss. Und wenn jetzt hier zum Beispiel, sehen wir auch gerade in diesem, äh, in diesem Bild hier, werden jetzt hier irgendwelche Wanderer gerettet werden müssen. Also ich finde das klasse. Also ich hoffe, dass das irgendwie so, ich sag mal, einsteigerfreundlich ist, weil Flugsimulationen sind ja sehr kompliziert, ne. Das ist ja irgendwie auch, also das ist halt einfach ein kompliziertes Unterfangen, äh, da als Pilot durchzustarten und dann so eine komplexe Maschine irgendwie, äh, zu bewegen. Aber wenn das einigermaßen einsteigerfreundlich ist, dann habe ich da total Lust drauf und dann würde ich da auch total gern durchstarten. Und ich denke, das wird sein, weil es ja auch für die, äh, Xbox rauskommt. Und da sind vermutlich viele, die dann so ein bisschen eher casual-lastiger spielen. Würde ich jetzt mal behaupten. Aber auch da korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege. Aber das ist auf jeden Fall ein Highlight. Also ich weiß nicht, wann das rauskommen soll, irgendwann dieses Jahr. Aber das ist ein echtes Highlight. Da freue ich mich drauf. Wird cool. Coole Ideen. Das nächste Simulationsspiel in diesem Video ist House Flipper 2. House Flipper 2 ist jetzt schon im Dezember 2023 herausgekommen, aber ich dachte mir, dass ich das Spiel trotzdem mit in dieses Video nehme. House Flipper 2 ist eine Heimwerker-Heimrenovierung-Simulation. Und ein Schlüsselfeature, das House Flipper 2 von anderen unterscheidet, ist der innovative Sandbox-Modus. Dieser Modus bietet eine Leinwand für die Vorstellungskraft der Spieler, um Häuser von Grund auf aufzubauen, echte Strukturen nachzubilden oder ihre Traumprojekte zum Leben zu erwecken. House Flipper 2 spielt in der charmanten Stadt namens Pina Cove. Download-Link auch unten in der Videobeschreibung könnt ihr über Steam runterladen. Ja, muss ich sagen, finde ich ganz cool das Spiel, aber es hat mir irgendwann gereicht, glaube ich. Also es gab ja auch schon den ersten Teil, logisch, wenn es House Flipper 2 ist, gab es schon den ersten Teil. Den habe ich auch damals gespielt und das war auch ganz cool damals. Und da sind jetzt bestimmt ganz viele Dinge verbessert worden, aber man muss dazu sagen, nachdem House Flipper so erfolgreich war, hat Playway und alle Firmen, die es da noch so gibt in diesem Universum, die haben dieses Spielkonzept auf alles angewandt. Wie es bei allen anderen Sachen auch mal ist. Es gibt ja auch diese Train-Mechanic-Geschichte, war glaube ich 2017 kam das raus. Und dann gab es irgendwann Tank-Mechanic, Car-Mechanic, ich glaube Car-Mechanic war sogar das erste, ich weiß nicht mehr ganz genau. Und dann gibt es alle Genres da irgendwie durch. Und so war es auch bei diesen Renovator-Spielen. Und dann gab es, glaube ich, irgendwann so einen Bahnhofs-Renovator oder so und, ach, es gab so viele Renovator-Spiele. Und ich finde, das macht es mir dann immer so ein bisschen kaputt, weil dann freut man sich auf das einzelne Spiel nicht mehr so. Weil das Spielprinzip halt dann doch irgendwie immer das gleiche ist. House Flipper scheint jetzt schon ein paar neue Ideen zu haben an Bord, das ist ganz cool. Aber bei den anderen war das ziemlich ähnlich. Da musste man irgendwie Müll wegbringen, dann musste man Sachen streichen, dann musste man Sachen erneuern. Ja, das ist dann irgendwie oft das gleiche Prinzip. Deswegen freue ich mich auf solche Spiele nicht mehr so sehr. Ist aber vielleicht jetzt auch eine persönliche Sache. Aber ich sehe schon, auf das nächste freue ich mich wieder. Ja, auf das nächste Spiel in diesem Video freue ich mich persönlich ganz besonders. Hierbei handelt es sich um Expeditions in Mudrunner-Game. Entwickler ist Saber Interactive, gepublished wird von Focus Entertainment. Expeditions in Mudrunner-Game erscheint im März 2024. Hierbei handelt es sich um eine Offroad-Simulation von den Machern der Spiele Mudrunner und Snowrunner. Die dürften sehr viele von euch kennen. Die Spieler leiten hier in dem Game Forschungsmissionen in verschiedenen Ländern und fahren dabei diverse Geländefahrzeuge mit hochentwickelten Werkzeugen. Verschiedene Werkzeuge helfen einem dabei, Hindernisse aus dem Weg zu überwinden. Und als Spieler errichtet man eine Basis und stattet Fahrzeuge mit den notweiligen Gerätschaften wie Drohnen oder Scannern aus, um den Erfolg in der Wildnis zu gewährleisten. Also hier in dem Spiel liegt der Fokus ganz, ganz stark auf diesen Werkzeugen. Download-Link auch unten in der Videobeschreibung könnt ihr dann auch im März über Steam downloaden. Also das ist wirklich ein Spiel, da freue ich mich extrem drauf und ich würde sagen, es ist eins von zwei Highlights dieses Jahres für mich. Ich durfte ja auch schon reinspielen. Ich habe schon eine Version bekommen, da war jetzt noch nicht alles freigeschaltet, aber ich konnte schon mal reinspielen. Deswegen kann ich euch auch ganz direkt sagen, was ich davon halte und warum ich mich eigentlich darauf freue. Ihr habt es vielleicht schon gesehen, ich habe dazu ja auch ein Video auf dem Hauptkanal gemacht. Wenn ihr euch für das Spiel interessiert, dann guckt da mal rein, weil da sind viele Infos drin. Das wäre jetzt zu viel, das jetzt hier alles zu nennen. Da habe ich auch nochmal erklärt, wie das Spiel funktioniert und was vor allen Dingen anders ist als SnowRunner. Ich persönlich freue mich aber total drauf, weil das etwas kurzweiliger ist als SnowRunner. Also ich finde, SnowRunner hat schon das bessere Spielprinzip so, aber Expeditions ist eine gute Ergänzung und man kann dann halt über das Hauptmenü einzelne Missionen starten und dann muss man irgendwie mal bestimmte Trucks abschleppen oder so. Aber in anderen Fällen muss man auch bestimmte Gebiete erforschen, muss seismische Untersuchungen vornehmen, muss bestimmte Dinge markieren, muss Routen finden. Und dieses Spielkonzept finde ich eigentlich ganz gut. Die Mitarbeiter-Idee fand ich nicht so gut. Einige Tools fand ich auch nicht so gut, habe ich auch in dem Video erklärt. Aber grundsätzlich bin ich total, also da bin ich echt hyped und es kommt schon im März und es ist technisch einwandfrei. Also man kann ja echt viel Spaß haben und es ist ein Spiel, was meines Erachtens total für den Singleplayer konzipiert ist. Was ich auch gut finde, weil bei SnowRunner hatte ich manchmal das Problem, dass die Missionen so komplex waren, so langwierig waren, dass man da alleine eigentlich gar nicht richtig durchstarten konnte. Also klar, man kann das machen, aber dann braucht man extrem viel Zeit. Dann braucht man für eine Aufgabe vielleicht drei, vier, fünf Stunden oder so. Und in so einem DLC sind ja ganz viele Aufgaben. Und dann kann man ja eigentlich gar nicht so richtig einen Fortschritt irgendwie erreichen alleine. Deswegen finde ich das ganz gut als Ergänzung. Geht ein bisschen andere Wege. Was ich blöd finde, ist, dass da wenig deutsche und europäische Marken drin sind oder überhaupt Marken. Also ich fand, viele Fahrzeuge waren nicht lizenziert. Bei ein paar Sachen kann man vielleicht darauf kommen, was das darstellen soll. Aber bei ein paar anderen Sachen weiß ich das jetzt persönlich auch nicht. Und es ist ganz wenig europäisches und vor allen Dingen deutsches dabei. Also deutsch ist es, glaube ich, gar nichts dabei. Obwohl es so eine G-Klasse könnte man ja eigentlich gut da. Oder ein Mercedes-Benz Arocs oder eine MAN, da gibt es ja auch irgendwelche Offroad-Fahrzeuge. Das finde ich irgendwie blöd. Das hätte ich mir noch gewünscht. Weil dann hat man auch nochmal so eine andere Verbindung dazu. Und ich meine, in den Karpaten, da werden ja auch irgendwie, wird ja auch eine G-Klasse rumfahren, würde ich jetzt mal behaupten. Das finde ich ein bisschen schade. Aber ansonsten ist es echt ein gutes Spiel und ich freue mich total drauf. Da bin ich echt Hype drauf. Das wird gut. So. Ja, die Abonnenten dieses Kanals wissen natürlich, dass Landwirtschaft und die Landwirtschaftssimulation... Das ist genau das, was ich meine, ne? Es gab irgendwann mal irgendwie ein erfolgreiches Spiel aus der Serie, Train Mechanic oder House Flipper, beziehungsweise Renovator. Oder was es da noch so für Genres gibt. Und dann wird das auf alle Genres angewandt und es ist immer relativ ähnlich. Farm Renovator ist aber jetzt vielleicht noch ein ganz interessantes Spiel. Gucken wir mal. Hier auf dem Kanal echt groß geschrieben wird. Hier passt das nächste Spiel gut rein. Und zwar handelt es sich hier um den Farm Renovator, entwickelt von Mobile Way, gepublished von Playway SA. Und der Farm Renovator erscheint 2024, aber ein genaues Release-Datum steht, stand jetzt noch nicht fest. Bei diesem Spiel handelt es sich um eine Farm Renovierung-Simulation. Man kauft alte, heruntergekommene Bauernhöfe und bringt diese wieder auf Vordermann. Man renoviert, repariert alles, was notwendig ist, um wieder eine schöne und funktionierende Farm zu erhalten. Als Spieler leitet man die Arbeiten, kümmert sich um die Tiere und hält die Maschinen in Stand. Download-Link für Steam wieder unten in der Videobeschreibung. Aber wie gesagt, eigentlich schon ganz schön gemacht, muss man sagen, wenn man dem Trailer hier glauben schenken darf. Das Problem bei Playway-Spielen ist nur, man weiß nie, wann die wirklich rauskommen und ob die wirklich rauskommen. Ich habe manchmal das Gefühl, die erstellen erstmal so Assets und so Trailer und so und gucken dann mal, wie es ankommt. Und wenn das nicht gut ankommt oder wenn das nicht die erforderlichen Zahlen erreicht, dann wird es einfach eingestellt. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen skeptisch. Ist jetzt vielleicht auch ein bisschen negativ, aber es ist irgendwie, die Spielkonzepte, also das, was man jetzt hier gesehen hat, sah schon irgendwie cool aus. Ja, es sah schon irgendwie cool aus. Vielleicht spiele ich das. Schauen wir mal. Es sah schon cool aus. Gefällt mir besser als andere Renovator Games. Na, vielleicht spiele ich das mal wieder. Vielleicht habe ich da Bock drauf. Aber auch nur, weil es eben der Bezug zur Farm ist, ne? Ein genaues Release-Datum steht hier noch nicht fest. Das nächste Simulationsspiel ist doch eher ein besonderes Simulationsspiel. Den kenne ich noch gar nicht. Was ist das denn? Lushfall. Hierbei handelt es sich um Lushfall Photography Sim. Entwickler ist Matt Newell. Publisher ist Annapurna. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Annapura Interactive. Ja, doch. Ich glaube, ich habe den doch mal gesehen irgendwann, den Simulator, weil das hat ein französischer Simulations-Youtuber. Der hat das, glaube ich, irgendwann mal geteilt. Da habe ich mir das auf Steam angeguckt, aber scheint jetzt ein bisschen fortgeschrittener zu sein. Interessant. Aber es ist ein Fotografie-Simulator. Das erscheint irgendwann 2024. Genau, das Release-Date steht auch hier noch nicht fest. Dieses Spiel finde ich besonders spannend, da ich so eine Art von Simulation bisher noch nie gesehen habe und im Real Life ein begeisterter Hobbyfotograf bin. Bei diesem Spiel handelt es sich um eine Erkundungs- und Fotografie-Simulation mehr mit realistischen spielinternen Kameras und einer großen Auswahl an detailgetreuen Landschaften mit einer wirklich atemberaubenden Grafik. Die spielinternen Kameras umfassen eine Fülle von Einstellungen, wie man sie von einer professionellen Kamera in der realen Welt erwarten würde. Sie simuliert Funktionen wie zum Beispiel den Autofokus, manueller Fokus, Blitz, die Belichtungszeit, den Kontrast, den Weißabgleich, die Blende, den ISO-Wert, Serienbildaufnahmen und andere Effekte. Für die Fotos kann man auch die Umweltbedingungen ändern, wie zum Beispiel den Lichteinfall kann man ändern, Nebel hinzufügen, Schnee, Wind und Regen. Hier auch der Download-Link für Steam wieder unten in der Videobeschreibung. Aber wie gesagt, hier steht auch noch kein genaues Release-Date fest. Finde ich ganz cool, den Simulator. Würde ich aber nicht zeigen auf dem Kanal, weil ich glaube, das ist jetzt nicht so spannend vom Gameplay her. Ich glaube, es ist auch eher so ein Spiel, um zu zeigen, was die Unreal Engine so kann. Also ich denke mal, dass es ein Unreal Engine Spiel ist. Und ich denke mal, darum geht es so ein bisschen, das so zu zeigen, wie schön die Landschaften da sind und so. Und das ist auch wirklich gelungen. Also wenn das wirklich so aussieht wie im Trailer, dann ist das schon echt krass. Ja, aber für ein Video reicht es vermutlich nicht. Aber kann man ganz gut fotografieren lernen, wenn da auch so Verschlusszeit und Blende und sowas einstellbar sind. Warum nicht? Coole Sache. Sicherlich sehr nischig, aber coole Sache. Aber wäre jetzt nichts, was ich mir glaube ich, ja vielleicht, ja wie gesagt, wenn dann glaube ich zum Fotografieren lernen oder um sich so ein bisschen mit den grundsätzlichen Funktionen von einer professionellen Kamera irgendwie vertraut zu machen. Dann würde ich es mir vielleicht holen. Aber da ist jetzt nicht viel Spielspaß oder sowas inklusive. Und ich glaube, ich würde es mir vor allen Dingen holen, um zu gucken, was die Unreal Engine so kann. Oh gut. Ja, das nächste Spiel ist eine Hausbausimulation. Dream House the Game heißt es. Entwickelt von Podage Visions und gepublished von G&K Games. Erscheint auch irgendwann 2024. Genaues Release Date steht auch hier noch nicht fest. Und bei dem Spiel handelt es sich um eine Hausbausimulation, wie ich schon sagte. Man lernt in Dream House the Game, wie ein Haus entworfen und gebaut wird. Man spielt einen Bauingenieur, der gerade am Anfang seiner beruflichen Karriere steht. Und bei dieser Simulation leitet man sein Bauunternehmen, nimmt Aufträge an für zum Beispiel Generalsanierung für Hausruinen. Man planiert unbebautes Land. Es werden Fundamente ausgehoben oder man baut einfach eine kleine Hütte im Wald. Es wird hierzu auch noch ein Multiplayer geben. Und wie alle bei allen Spielen ist der Downloadlink natürlich unten in der Videobeschreibung. Bin ich mal gespannt drauf. Klingt jetzt erstmal sehr cool. Bin ich aber gespannt drauf, ob das auch eher in diese Fotografierichtung geht. Dass man sowas sozusagen als Inspiration für eigene Einrichtungen dann nutzen würde oder so. Oder ob das wirklich als Spiel funktioniert. Also, dass es wirklich spielerisch Spaß macht. Der Trailer ist jetzt so vielfältig. Kann man, finde ich, noch nicht so richtig erkennen, in welche Richtung das geht. Weil auf der einen Seite zeigt er so sehr gepolischte Inneneinrichtungen. Und auf der anderen Seite zeigt er so ein bisschen Baugameplay. Also, wie das dann am Ende wirklich ist und wie gut das alles funktioniert. Bin ich sehr gespannt drauf. Aber coole Idee. Coole Idee. Gab es, glaube ich, auch schon mal so ein Hausbilderspiel oder so. Aber das hat, glaube ich, auf Interior Design wenig Wert gelegt, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, alle Liebhaber unter euch der LKW-Simulation werden bei dem nächsten Spiel auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen. Heavy Cargo The Truck Simulator, entwickelt von Tox2 Interactive, gepublished von der Aerosoft, wird irgendwann 2024 veröffentlicht. Genaues Release-Datum konnte ich hier auch nicht finden. Und in Heavy Cargo The Truck Simulator transportierst du überdimensionale Frachten durch eine umfangreiche, frei begehbare und lebendige Spielewelt, inklusive dynamischen Wetters und wechselnder Tageszeiten. Aber bevor du die Fracht transportieren kannst, musst du natürlich die Strecke mit Spotting-Fahrzeugen erkunden. Sollten sich hier Hindernisse ergeben, müssen diese vor der Fahrt demontiert werden. Hindernisse können zum Beispiel sein Straßenschilder, Ampelanlagen, Leitplanken und diese müssen vorher natürlich demontiert werden. Also, wie gesagt, das Spiel erscheint irgendwann 2024 und auch hier Download-Link unten in der Videobeschreibung. Dazu muss ich erstmal sagen, ich bin manchmal, also wenn ich mir sowas angucke, wie jetzt gerade, ne? Ach, dann innerlich, also ich finde, es ist wirklich, es ist ein unglaublich schlechter Trailer. Ja, also wirklich unglaublich schlecht gemacht. Warum auch immer, dass, ich weiß auch nicht, ja, keine Ahnung. Ich glaube, da hätte man sich schon ein bisschen mehr Mühe geben können. Aber das Spiel an sich finde ich extrem gut. Ich glaube, es ist grafisch nicht ganz State of the Art und ich weiß auch nicht, ob das jetzt in der höchsten Auflösung hier irgendwie mit integriert ist. Aber, also als Videoaufnahme integriert ist sozusagen. Aber ich, also grafisch, ne? Ist Unity Engine und geht sicherlich besser. Also, wenn man Eurotruck-Simulator gewohnt ist, dann wird das da sicherlich nicht mithalten können. Aber ich glaube, das kann man auch nicht miteinander vergleichen, weil Eurotruck-Simulator dann doch einen anderen Approach hat und ein riesiges Team natürlich auch mittlerweile hat und unglaublich viel Erfahrung. Das geht hier also in eine andere Richtung. Aber spielerisch finde ich, das ist eines, ja, ich möchte nicht sagen der spannendsten, aber zählt schon zu den spannendsten Simulationen, würde ich sagen, oder zu den spannenderen Simulationen in diesem Jahr, weil das was Neues ist. Sowas gab es bislang noch nicht. Es gab zwar schon mal Heavy-Cargo-Erweiterungen für den Eurotruck-Simulator, es gab schon ein paar Mods und so, aber hier wird dann noch die Extrameile gegangen. Hier wird noch der Schritt weiter gegangen, dass man wirklich erstmal so ein bisschen exploren muss, dass man wirklich erstmal so ein bisschen alles beiseite schaffen muss, Ampeln, glaube ich, auch umdrehen muss oder irgendwelche Schilder abmontieren muss oder so. Das kommt alles. Und dann hat man eine super realistische Steuerung dieses ganzen Trucks. Also das sind ja unglaublich viele Achsen. Man sieht das hier auf dem Bild ganz gut. Ich weiß nicht, wie viele das jetzt sind, aber hier vorne sind sie allein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Und hinten sind es dann vermutlich auch nochmal elf. Und ich glaube, die kann man nicht, ich weiß nicht, ob man die einzeln, vermutlich kann man sogar einzeln steuern in der Realität. Aber jedenfalls das alles physikalisch korrekt darzustellen und so, das ist natürlich extrem cool. Und das ist richtig herausfordernd, damit durch enge Städte zu fahren und irgendwie auf die Autobahn zu kommen. Ich glaube, ab der Autobahn geht es dann meistens, aber die Landstraßen und so, das ist echt extrem herausfordernd. Ich mag diese Schwerlast-Dokus, wo dann auch immer irgendwie was kaputt geht oder wo dann irgendwie so enge Hauswände sind und dann ist wieder Storno und wieder zurück und so. Das finde ich richtig klasse und deswegen freue ich mich total darauf und hoffe, dass es nicht vergurkt wird. Aber ich, auch hier mit dem Kran, dass man das dann auch richtig, das sind so die Sachen, die fehlen dann natürlich im Eurotruck-Simulator. Aber dass man das hier richtig verladen kann, ist schon gut. Und ich denke mal, das ist jetzt auch ein ziemlich alter Stand. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist von der letzten Next-Sim, ne? Glaube ich, Videomaterial. Also, freue ich mich auf jeden Fall drauf und ich hoffe echt, dass es gut wird. Weil ich sehe da echt großes Potenzial und das macht mir auch Spaß. Da freue ich mich drauf. Das wird cool. Es darf natürlich nicht so ein On-The-Road werden, ne? Das ist von den gleichen Entwicklern wie On-The-Road und ja, ich habe das Gefühl, vor allen Dingen die Playstation- oder die Konsolenspieler hätten sich da etwas schnelle Updates erhofft. Zu diesem Spiel. Sagen wir es mal so. Aber das hier hat auf jeden Fall coole Ansätze und wird, glaube ich, echt herausfordernd so spielerisch. Freue ich mich drauf. Gut. Machen wir weiter. Wo waren wir? Ja, wer von euch wollte nicht schon immer mal leben wie ein Cowboy und das ist... Da bin ich ehrlich, ich... Also, ich... Dieses Cowboy-Ding ist irgendwie komplett an mir vorbeigegangen. Das weiß ich nicht. Aber ihr bestimmt wolltet alle Cowboy werden. Das ist in der nächsten Simulation möglich. Cowboy-Life-Simulator, entwickelt von OddCubit und gepublished wird es von RockGameSA, veröffentlicht auch irgendwann 2024. Ich konnte auch hier wiederum kein genaues Release-Date finden. Und in dieser Simulation lebst du das Leben eines Cowboys. Du kannst wilde Pferde jagen und fangen. Das ist wichtig, da du für deinen Alltag ein junges und gesundes Pferd benötigst. Zu deinem Alltag als Cowboy gehört aber auch, alte Gebäude abzureißen und neue Gebäude in deiner Farm zu errichten und Gebäude auch zu reparieren. Ein weiterer Punkt ist auch die Viehhaltung. Du kannst Kühe züchten und diese melken. Und damit es deinen Tieren gut geht, musst du sie füttern, den Stall ausmisten und vieles weitere. Ja, für alle Schrauber unter euch wird das nächste Spiel. Da sind wir beim Thema. Also dieser Cowboy-Life-Simulator holt mich nicht ab. Werde ich nicht spielen, werde ich nicht zeigen, ist nicht mein Thema. Ich habe mich, wie gesagt, noch nie in meinem Leben irgendwie für Cowboys interessiert. Habe auch keine Filme geguckt, keine Cowboy-Filme. Oder vielleicht habe ich mal einen geguckt, aber jedenfalls ist da nichts in Erinnerung geblieben. Und hier so Bücher und so habe ich auch nicht gelesen. Bin ich bestimmt komisch. Ich weiß, das ist ein super großes Thema, aber meins ist es nicht. Deswegen werde ich das, weil ich einfach persönlich damit nichts anfangen kann, werde ich das nicht zeigen. Und dementsprechend auch nicht spielen. Aber ist bestimmt nett für Leute, die schon immer mal Cowboy sein wollten. Wie interessant. Und hier sind wir, das wollte ich gerade sagen, hier sind wir genau beim Thema. Noch ein Mechanic-Simulator. Es gab 2017, glaube ich, irgendwann mal diesen Train-Mechanic-Simulator. Und dann gab es alles, alles aus dieser Range. Und das Einzige, was es jetzt noch nicht gab, ist der Farm-Mechanic-Simulator. Und obwohl so ein ähnliches Spielprinzip, haben wir eben gesehen, in diesem Farm-Renovator auch integriert ist, wo man ja auch irgendwelche Sicherungen austauschen musste oder irgendwelche Dichtungen oder was das da eben war. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Aber irgendwas musste man ja am Schlepper auch austauschen. Also das Konzept ist selbst da irgendwie integriert. Aber hier gibt es jetzt nochmal einen eigenen Simulator, dass man auch wirklich nur an Schleppern rumschrauben kann. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach kein Schrauber bin. Das hat mich auch in meinem Leben nie interessiert, zu schrauben. Ich bringe mein Auto, wenn ich ganz ehrlich, wenn da Reifen gewechselt werden müssen, dann bringe ich das zur Werkstatt. Ich meine, ich habe ja auch keinen Platz, aber es ist diese Schrauberei, ob jetzt ganz lapidar oder ein bisschen komplexer, ist nicht mein Thema. Ich glaube, deswegen holt mich das vor allen Dingen hier. Ja, erkenne ich gerade selber. Ich glaube, daran liegt es. ...und zwar Farm-Mechanic-Simulator, entwickelt und gepublished von Golden Egg Studios, veröffentlicht auch irgendwann 2024. Die haben schon mal irgendwas gemacht, Golden Egg Studios, was ich kenne. Oder? Ich weiß nicht. Und im Farm-Mechanic-Simulator geht es, wie der Name schon vermuten lässt, darum, landwirtschaftliche Geräte und Fahrzeuge... Und dann ist das auch immer ohne Marken, ne? Das ist ja immer unlizenziert. Und das machst du doch zusätzlich unattraktiv. ...zu reparieren. Man nimmt in erster Linie Aufträge... Also, was soll das hier sein? Ist das ein Schüter? Oder ist das ein Case? Hier gibt es auch verschiedene Aufträge, wie zum Beispiel ein Traktor mit defekten Motor. Ein Mähdrescher springt kurz vor der Ernte nicht mehr an und viele weitere. Man führt eine sorgfältige Diagnose durch, um den Defekt zu finden und zu beseitigen. Für die Reparatur stehen diverse Werkzeuge zur Verfügung und die Werkstatt... Das ist genau das gleiche Prinzip, genau das gleiche Spielprinzip wie in allen anderen Mechanic-Simulators. Da ist null Innovation, das ist halt jetzt nur ein anderes Thema. Aber auch hier hat man sozusagen seinen Computer, da hat man seinen Shop, da kann man dann irgendwie seine Sachen kaufen, seine Ersatzteile kaufen. Dann kann man die ausbauen aus den Schleppern. Wenn sie defekt sind, kann die neuen einbauen und dann ist er wieder fertig. Es ist einfach nicht mein Ding. Schreibt mal in die Kommentare, ob das euer Ding ist. Aber irgendwie, ne, meins ist es nicht. Das Werkzeug kann nach und nach erweitert und optimiert werden. Nach der Reparatur müssen die Fahrzeuge ausgiebig getestet werden. Und dann war auch immer die Fahrphysik. Dann gab es zwar so eine Teststrecke, erinnere ich mich auch noch gut dran. Dann gab es zwar irgendwann bei diesen ganzen Spielen so eine Testschrecke. Aber die Fahrphysik war so dermaßen schlecht, dass dieses ganze Fahren auch gar nicht richtig Spaß gemacht hat. Und ich finde, hier sieht man es auch wieder. Bevor sie dem Kunden wieder übergeben werden. Als ob der so auf Eis unterwegs wäre und so lang schlittern würde. Also, ne, holt mich nicht ab. Download-Link für Steam auch hier wieder in der Videobeschreibung. Aber genaues Release-Date steht auch hier noch nicht fest. Viele weitere Simulationstitel, die in dem Jahr 2024 veröffentlicht werden, werde ich in Teil 2 und Teil 3 dieser Videoreihe vorstellen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Informationsvideos und Let's Plays rund um Simulationsspiele sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal, gebt mir einen Daumen nach oben und über einen Kommentar würde ich mich sehr freuen. Schreibt in die Kommentare, auf welches Simulationsspiel ihr euch 2024 am meisten freut. Viel Spaß beim Zocken, euer Tim. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ja, war ein sehr schönes Video. Ich kannte den YouTuber vorher gar nicht. Aber ich habe das Video entdeckt und dann habe ich ihn gestern gefragt, ob ich darauf mal reagieren dürfte. Und war sehr schön zusammengefasst. Kam mir dann auch viele Infos noch zu den Spielen, was da drin neu ist und was da so möglich drin ist und so. Also insofern, tiptop1a freut mich sehr und ich bin sehr gespannt auf die weiteren Videos, denn es kommen noch ein paar Simulationen raus, die auch echt cool werden. Ich habe da so ein paar auf dem Schirm, aber ich bin mal gespannt, was er so auf dem Schirm hat. Und dementsprechend werden wir sicherlich in den nächsten Wochen nochmal reinschauen. Vielen Dank für das tolle Video. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was so euer Highlight ist, worauf ihr euch am meisten freut. Das würde mich auch sehr interessieren. Dann werde ich da vielleicht noch einen besonderen Fokus auf dem Kanal drauf setzen. Und Tim, auch wirklich ein sympathischer Kerl. Tim LP hier, wirklich gut aufbereitet das Video. Insofern, lasst auch da gerne ein Abo und ein Like da. Video natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Danke euch fürs Zuschauen und bis zur nächsten Reaction. Tschüss. Tschüss.